Musik Also, wir möchten uns bei allen bedanken für alle, die wir uns katholiert haben zum 35-Jährigen gestern. Und ja, für die Geschenke, für die Blumen, die Blumenwünsche, hat mir auch uns wirklich seinen Träumen gefreut. Ja, und ja, wir wollen ja halt bloß noch sagen, wenn wir uns bemühen, dass wir noch ein paar Jährle-Jährle-Trotteln gehen, gell? Und dann soll es nicht liegen, gell?